Herzlich willkommen zum sechsten und damit letzten Teil des Kapitels Architektur der Wahrnehmung in der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Wir haben jetzt intensiv über Wahrnehmungshypothesen gesprochen und dabei viele Eigenschaften der Wahrnehmung, teilweise auch durchaus erstaunliche Eigenschaften der Wahrnehmung, kennengelernt. Das behalten wir natürlich immer im Hinterkopf, denn es spielt für die Gestaltung immer eine große Rolle. Wir kommen jetzt aber zu einem sehr, sehr handfesten Thema an dieser Stelle, nämlich der Farbwahrnehmung und vor allen Dingen der Farbgestaltung. Das ist ein Thema, das uns in den nächsten Vorlesungswochen immer wieder ereilen wird. Farbdarstellung oder Farbgestaltung, was macht man mit Farbe, was lässt man mit Farbe, spielt immer eine wichtige Rolle. Denn Farbe hat viel Potenzial, aber leider auch viel Missbrauchs- oder Fehlgebrauchspotenzial, das es natürlich zu vermeiden gilt. Kümmern wir uns erstmal um die Frage, was Farbe eigentlich ist. Und erstaunlicherweise ist diese Frage eine, die die Philosophie schon seit Jahrhunderten umtreibt. Also es haben sich Philosophen über die Jahrhunderte darüber beschäftigt oder damit beschäftigt, was Farbe eigentlich ist. Was durchaus auch eine spannende Fragestellung ist, denn wie kann ich denn nachweisen, dass das, was ich als Gelb wahrnehme und Gelb nenne, auch der gleiche Wahrnehmungseindruck ist, den jemand anderes hat, wenn er über Gelb spricht. Das ist gar nicht so einfach oder eigentlich auch gar nicht möglich, denn ich kann ja meine Wahrnehmung nicht auf andere Leute übertragen. Vielleicht sieht jemand von euch ganz was anderes, hat aber auch gelernt, das dann Gelb zu nennen. Aber über diese Frage wollen wir uns jetzt mal nicht kümmern, sondern gehen etwas naturwissenschaftlicher zunächst einmal an die Farbe heran und definieren mal Farbreize als das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Nämlich elektromagnetische Schwingungen von bestimmten Wellenlängen. Ihr seht links ein elektromagnetisches Spektrum, was jetzt sehr breit ist. Es geht hier von Wechselstrom über Radiowellen, Mikrowellen bis hin zur kosmischen Höhenstrahlung. Und ein kleiner Teil in diesem Bereich ist das, was wir Licht nennen. Das sind elektromagnetische Schwingungen, die wir mit dem Auge wahrnehmen können. Und darin gibt es ein gewisses Spektrum. Also wenn wir Licht verschiedener Wellenlängen erzeugen, dann nimmt unser Auge das als verschiedene Farben wahr. Was dabei rauskommt, ist dieser typische Regenbogen, den wir da auf der rechten Seite der Abbildung auch sehen. Wir haben also verschiedene Lichtfarben, die wir da sehen, je nachdem, welche Wellenlänge das Ganze entspricht. Das funktioniert in diese eine Richtung. Das heißt, wenn wir es klar haben, dass wir Licht von nur einer bestimmten Wellenlänge haben, dann können wir durch den Farbeindruck quasi sagen, welche Wellenlänge das ist. Andersrum funktioniert es leider nicht. Das heißt, wenn wir Licht oder wenn wir eine bestimmte Farbe sehen, so müsste man eigentlich sagen, wenn wir eine bestimmte Farbe sehen, zum Beispiel Gelb, wenn wir die Farbe Gelb sehen, dann können wir nicht daraus schließen, welche Wellenlänge das Licht hat, das dieses Gelb erzeugt. Es ist nämlich nicht eindeutig, dass es genau Licht einer bestimmten Wellenlänge ist. Das Phänomen kennen wir, nämlich wenn wir uns schon mal vielleicht darüber Gedanken gemacht haben, wie denn Farben am Monitor erzeugt werden. Am Monitor werden Farben ja gemischt durch drei Farben, durch das Zusammenfügen von drei Farben, durch Rot, Grün und Blau werden die Farben am Bildschirm gemischt. Das ist die additive RGB-Farbmischung, auf die wir gleich nochmal gesondert zu sprechen kommen werden. Wenn ihr bei euch irgendwo noch im Haushalt einen alten Röhrenfernseher habt, so ein richtig altes Schätzchen, was noch diese grobe alte Auflösung hat, und ihr geht da mal nah dran, dann kann man das sogar sehen. Dann sieht man nämlich immer nebeneinander drei so Schlitze und die entsprechen diesen drei Farben. Und bei einem modernen Bildschirm ist die Auflösung in der Regel so hoch, dass man diese Subpixel, wie man das dann nennt, bei digitaler Wiedergabe, dass man die gar nicht mehr so ohne weiteres erkennen kann, vielleicht noch mit einer Lupe. Natürlich unter dem Mikroskop sieht man es auch, aber vielleicht müssen wir es jetzt auch nicht übertreiben. Man kann aber also auf jeden Fall mischen. Wieso kann Gelb auf verschiedene Arten und Weisen entstehen? Das können wir uns hier mal gut klar machen. Gelb entspricht einer Wellenlänge von 570 Nanometer, wenn wir uns dieses Bild hier unten angucken. Und es gibt im Auge drei verschiedene Typen von Zapfen. Wir haben ja ganz am Anfang des Themas mal über den Aufbau des Auges gesprochen. Und ich habe da gesagt, es gibt Zapfen und Zapfen sind für die Farbwahrnehmung zuständig. Aber nicht ein Zapfentyp für alle. Sondern es gibt drei verschiedene Zapfentypen, die für verschiedene Wellenlängenbereiche empfindlich sind. Und üblicherweise hat man mal das so allgemein gesagt, es gibt einen für blau, einen für grün und einen für rot. Wenn ihr euch das unten auf dem Bild mal anschaut, dann seht ihr, dass das gar nicht so richtig stimmt. Der blaue, der stimmt zwar, aber der grüne und der rote sind beide eigentlich eher im Gelbbereich unterwegs. Und im richtigen Rotbereich eigentlich gar keiner. Die sind sehr nah aneinander. Das hat wohl auch evolutionäre Gründe, dass sich das erst relativ spät in der Evolution getrennt hat. Und auch, dass es so viele rot-grün blinde Leute gibt, hat offensichtlich damit was zu tun. Aber eigentlich ist es auch egal, welche Farbe das genau ist, bei der sie die stärkste Auslenkung haben. Es kommt nämlich immer auf die jeweiligen Kombinationen an. Schauen wir es uns nochmal an. Gelb, gelb habe ich gesagt, 570 Nanometer. Wo sehen wir gelb hier? Das ist hier, das sind diese 570 Nanometer. Gelb. Wie sind zu diesem Zeitpunkt die Zapfen quasi ausgelastet? Wenn ich einen gelben Farbeindruck habe, jetzt gucken wir mal die blaue Linie da links, die S-Zapfen. Für Short heißt das, also kurzwellig, gar nicht. Die kommen hier quasi gar nicht mehr vor. Die gestrichelte Linie sind die Stäbchen, die interessieren uns jetzt auch nicht. Aber die mittelwelligen Zapfen, also die M-Zapfen, die Grünzapfen, wenn man so möchte, die haben eine gewisse Anregung an dieser Stelle. Nämlich 70 etwa, das kann man ablesen auf der Skala. Und Rot ist auch angeregt, nämlich sogar viel stärker für 99, fast vollständig. Das heißt, ein Rot-Zapfen ist eigentlich eher ein Gelb-Zapfen. Also wir haben hier 99 Gelb und 70 Grün. Diese gleiche Kombination kann ich auch erreichen, wenn ich die Farben Rot, Grün und Blau mische. Null Blau brauchen wir, 90% Rot und 80% Grün, jeweils reines Rot und reines Grün. Wenn ich das miteinander mische, dann komme ich auf die gleiche Anregung der Zapfen. Die Zapfen werden dann auf genau die gleiche Art und Weise angeregt und der Farbeindruck ist genau der gleiche. Dass das so ist, dass es hier irgendwie drei Zapfen gibt, das hat man relativ früh schon angenommen. Der Hermann von Helmholtz hat 1860 sein Handbuch der Optik geschrieben und hat experimentell dafür festgestellt, dass man mit den drei Spektralfarben, so heißen sie, drei Spektralfarben, Rot, Grün und Blau, alle anderen Farben mischen kann. Und er hat dann daraus geschlossen, dass es wohl im Auge etwas Entsprechendes geben müsse, was darauf aufbaut. Darauf ist man 1956 dann gekommen, da konnte man das dann untersuchen und hat dann tatsächlich festgestellt, ach tatsächlich, es gibt drei Zapfentypen im Auge und man hat dann angenommen, dass die wohl für Rot, Grün und Blau verantwortlich sind. Und wie ihr an der Grafik sehen kann, wie ich gerade schon mal gesagt habe, so einfach ist das eigentlich gar nicht. Aber ich kann trotz alledem bei dem kompletten Spektrum, wenn ich das unten ablaufe, jeweils eine einzigartige Kombination der Auslastung von roten, grünen und blauen Zapfen oder den drei Zapfentypen sehen. Das heißt, ich kriege es hin, aus der Kombination dieser drei Zahlen, dieser drei Reize, ja diesen Regenbogen komplett zu konstruieren. Und das reicht ja. Wo genau die Spitzen sind, ist dafür eigentlich gar nicht so sehr wichtig. Diese Dreifarbentheorie mit Rot, Grün und Blau ist nicht unumstritten gewesen. Es gab auch Alternativen dazu. Es gab zum Beispiel den Psychologen und Hirnforscher Ewald Hering, der auch schon im 19. Jahrhundert, 1875, die Lehre vom Lichtsinn aufgeschrieben hat, also auch ein Buch herausgegeben hat. Und der hat ganz andere Untersuchungen gemacht und hat ganz andere Beobachtungen gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es Farben gibt, die man nicht kombinieren kann, die es nicht in Kombinationen gibt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein bläuliches Grün oder ich kann sagen, ich habe ein rötliches Gelb. Das ergibt Sinn. Aber ich kann nicht sagen, ich habe ein bläuliches Gelb oder ein rötliches Grün. Diese Farben scheinen einander auszuschließen. Und dann hat er noch beobachtet, dass wenn man längere Zeit auf bestimmte Farben guckt und die mit hohem Kontrast sich anguckt und guckt dann gegen eine weiße Fläche, dann sieht man Gegenfarben. Man sieht dann die umgekehrte Farbe in gewisser Weise. Und aus all diesen Überlegungen hat er geschlossen, dass es offensichtlich ein natürliches Farbempfinden, ein natürliches Farbsystem gibt mit zwei Gegenfarben. Nämlich mit Blau-Gelb als Gegensatz und mit Rot-Grün als Gegensatz. Und das Interessante daran ist, dass man mittlerweile festgestellt hat, obwohl es diese Zapfen ja nicht gibt, es gibt ja keine Gelb-Zapfen zum Beispiel, oder doch, aber dann gäbe es keine Rot-Zapfen, also je nachdem, wie man die jetzt nennen möchte, hat man festgestellt, dass es beides gibt. Denkt nochmal an die Verschaltung im Auge. Ihr hattet ja die Zapfen und dann gab es so viele andere Zellen, die die teilweise untereinander verschaltet haben. Und diese Verschaltung sorgt im Auge schon dafür, dass aus diesen drei Zapfentypen drei Farbkanäle, wenn man so möchte, drei Signalgruppen entstehen. Nämlich einmal das Luminanzsystem, das ist einfach nur hell bis dunkel. Da kann man RGB zusammenrechnen. Dann das Rot-Grün-System, das wäre Grün minus Rot. Da haben wir die Unterscheidung in Grün und Rot. Und das Blau-Gelb-System, das ist Blau minus Rot plus Grün, wenn man das dann auf diese drei Grundfarben beziehen möchte. Und wenn ich das als Ausgang habe, wenn ich das quasi so zum Gehirn schicke, dann habe ich da genau wieder diese Vier-Farben-Theorie. Plus noch eine Helligkeitsinformation, die ja durchaus natürlich auch wichtig ist. Kennt ihr das vielleicht? Rot-Grün und Blau-Gelb? Jeder von euch, der sich mit Fotografie ein bisschen beschäftigt oder mit Videografie, kennt bestimmt Blau-Gelb. Denn über die Blau-Gelb-Schiene macht man üblicherweise einen Weiß-Abgleich. Es gibt Weiß, das ist eher bläulich. Weiß, das ist eher gelblich. Das heißt, Blau-Gelb ist die sogenannte Farbtemperatur. Und ob etwas rötlich oder grünlich ist, kann man in Softwarebearbeitungen auch jeweils einstellen. Das ist eine Farbton-Korrektur. Das heißt, diese Kanäle, diese Vier-Farb-Theorie ist eigentlich die, die für uns in der Wahrnehmung viel bedeutungsvoller ist. Wie die Zapfen sind, das ist eigentlich ja relativ egal. Für die Wahrnehmung sind diese Vier-Farben von Interesse. Und für die Gestaltung in gewisser Weise die drei. Aber auch nur in gewisser Weise, wie wir gleich sehen werden. Ja, jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Wir wollen die Farben am Bildschirm verwenden und wollen sagen, dieses Objekt muss diese Farbe haben und das andere Objekt die andere Farbe. Wie machen wir das denn? Wir müssen die Farben benennen können. Wir müssen also sagen können, das ist Rot, das ist Grün, das ist Blau, das ist Gold. Ist Gold überhaupt eine Farbe? Bei Gold spielt offensichtlich das Schillern und die Umgebung der Farben immer eine Rolle. Naja, und wie viele Farben kann ich denn benennen? Wenn ich vielleicht ein Künstler bin, dann kann ich eine ganze Menge Farben vielleicht benennen. Wenn ich das aber nicht bin, naja, dann bleibt es mit Rot, Grün, Blau, Gelb, Schwarz, Weiß, Braun, Ocker. Also viel mehr fallen mir schon mal nicht ein. Orange, naja, Lila, also viele Farben weiß ich, viel mehr Farben weiß ich dann nicht mehr. Man braucht irgendwelche Systeme, um das zu benennen. Solche Systeme gibt es auch schon ziemlich lange. Zum Beispiel so ein RAL-Farbkatalog, wie man den da rechts sieht. Den gibt es schon ziemlich lange. RAL, die Abkürzung, steht übrigens für Reichsausschuss für Lieferbedingungen. Wird natürlich heute nicht mehr so genannt. Ist auch so ein Normungsinstitut der Wirtschaft. Aber da hat man sich schon mal lange auf solche Farbkataloge geeinigt. Solche Farbkataloge findet man zum Beispiel, wenn man Farben kauft zum Anstreichen und so. Da werden solche Kataloge gerne benutzt. Und dann kann man einfach sagen, ich nehme diese Farbe und die Farbe hat dann entsprechend eine Nummer. Und dann kann das jemand anmischen und dann kann man sich sicher sein, dass man die richtige Farbe erhält. Hoffentlich zumindest, wenn derjenige, der das macht, weiß, was er tut. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die es gäbe, die aber für uns nicht unbedingt die praktischste ist. Denn ich habe ja schon mal gesagt, wir haben Bildschirme, die aus roten, grünen und blauen Pixeln bestehen oder Subpixeln bestehen. Und naja, dann können wir auch aus diesen drei Farben, so wie der von Helmholtz das ja schon festgestellt hat, alle anderen Farben mischen. Das ist das RGB-Farbmodell, was wir bei uns an den Bildschirmen immer haben. Und wenn wir rot, grün und blau mischen, dann entsteht quasi ein Farbmodell, was so einem Würfel entspricht. Die hintere Ecke ist schwarz. Ja, und dann kann ich rot, grün und blau einzeln mischen und in Kombinationen alle anderen Farben. Und wenn ich zum Beispiel rot und grün zusammen mische in voller Sättigung, dann kriege ich gelb. Mische ich rot und blau, dann kriege ich diese Farbe, die ich lila nennen würde, man aber üblicherweise magenta nennt, die Telekom-Farbe. Mische ich grün und blau, dann kriege ich cyan und mische ich sie alle drei, dann kriege ich weiß. Das ist eine sogenannte additive Farbmischung. Dagegen gibt es auch noch subtraktive Farbmischungen. Das kennt ihr von der Schule vom, ja sagen wir mal, Wasserfarbkasten. Wenn ihr im Wasserfarbkasten alle Farben zusammen gemischt habt oder habt rot, grün und blau zusammen gemischt, dann ist ja nicht weiß entstanden, sondern dann entsteht eher das Gegenteil. Idealerweise würde schwarz dabei entstehen, aber das passiert natürlich nicht, weil die Farben so Teilverdeckungen auch haben. Es entsteht so ein ekliger Farbton, ein schmuddeliger Farbton. Trotz alledem ist das eine subtraktive Farbmischung. Das heißt, je mehr Farbpigment ich da einmische, desto weniger Licht wird ja reflektiert von der Oberfläche. Das heißt, es wird dann dunkler. Im Gegensatz bei der additiven Farbmischung, wo es immer heller wird, wenn ich noch mehr dazu mische. Subtraktive Farbmischung brauchen wir im Druck. Und da können wir diesen Würfel quasi umdrehen. Da gucken wir ihn nicht von rot, grün und blau aus an, sondern von den genau drei anderen Farben, die ich genannt habe. Cyan, Magenta und Gelb. Und da kommt dann das Farbsystem CMI oder CMYK bei raus. Das K steht für Key und ist einfach nochmal schwarz. Einfach um so ein richtiges Schwarz auch hinzukriegen. Aber subtraktive Farbmischung interessiert uns im Moment gar nicht, denn wir reden ja über Farbmischung am Bildschirm. Ja, jetzt haben wir eine Möglichkeit der Farbmischung aus drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau. Schön, dann sind wir doch eigentlich fertig. Jetzt können wir jede Farbe angeben als Mischung von Rot, Grün und Blau. Das Problem ist nur, wir wollen ja nicht einfach beliebige Farben haben, sondern wir brauchen ja zueinander passende Farben. Denkt mal zurück an das Video vorher, wo es ja zum Beispiel um Tiefenwahrnehmung geht. Und wo ich dann gesagt habe, es gibt Farbübergänge in Flächen oder ich habe es vorne gesättigt, hinten ungesättigt, vorne gesättigt, hinten dunkler. Wie kriege ich das denn hin im Rot-Grün-Blau-System? Das ist einigermaßen schwierig und das sieht man relativ gut rechts an dieser Farbmischung, an diesem Farbmischer. Ich habe da eine gewisse Farbe ausgesucht, das ist so ein Ockerton, den seht ihr unten links in der Ecke. Und den könnte ich jetzt verändern und naja, wenn ich da jetzt Blau hinzufüge, dann lande ich bei so einem hellen Lila. Und wenn ich Grün wegnehme, dann lande ich bei Rot. Und wenn ich Rot wegnehme, dann lande ich bei Orange. So ganz naheliegend und plausibel ist das nicht. Und wie würdet ihr jetzt zum Beispiel eine Farbe erzeugen, die weniger gesättigt ist? Das ist gar nicht einfach, das hinzubekommen. Das können wir aber hinkriegen, wenn wir ein anderes Farbmodell benutzen. Und das sehen wir jetzt hier. Wir gucken uns mal das nochmal an, das ist nochmal RGB und wir sehen hier zwei Farben. Und diese beiden Farben, die könnte man ja durchaus zusammen in einem User-Interface benutzen wollen. Die passen relativ gut zueinander und man könnte das eine für den Vordergrund und das andere eher für den Hintergrund nehmen zum Beispiel. So, jetzt gucken wir uns mal die RGB-Werte an. Das ist ja immer in der Reihenfolge, Rot, Grün, Blau. Ja, und wie unterscheidet sich jetzt die rechte Farbe von der linken Farbe? Diese Farbe ist etwas weniger rot, fast genauso grün, aber viel blauer. Das ist wirklich nicht eingängig, dass man sagen würde, dass die Farben sich so zueinander verhalten. Man würde doch eher sagen, die rechte Farbe, die ist etwas weniger gesättigt und vielleicht etwas dunkler als die linke Farbe. Deswegen gibt es andere Farbmodelle, die genau das so ausdrücken können. Zum Beispiel das HSV-Farbmodell, was auch gerne HSB-Farbmodell genannt wird. Wir gehen auf die Farbmodelle gleich nochmal genauer ein. Gucken wir mal, was sagen jetzt diese drei Zahlen. Die 46 Grad sind der Farbton und da sehen wir, ah, ist der gleiche Farbton, die gleiche Grundfarbe, die ich nehme. Dann haben wir eine Angabe der Sättigung. Das heißt, die zweite Farbe ist nur halb so gesättigt wie die linke. Pima Daumen zumindest. Und ein bisschen dunkler ist die Farbe auch. Statt 88% Helligkeit habe ich nur noch 78% Helligkeit. So, und jetzt kann ich auf einmal eine Relation dieser Farben aussagen. Meistens brauche ich es umgekehrt. Ich will nicht eine Relation von zwei Farben bestimmen, sondern ich möchte zu einer vorhandenen Farbe eine andere passende Farbe finden. Und dazu eignen sich diese Farbmodelle gut. Das HSB- oder HSV-Farbmodell und noch ein anderes, was HSL-Farbmodell heißt. Beide gucken wir uns jetzt mal an. Zunächst mal dieses HSV und HSB, weil das hatten wir schon. Ja, die Vorstellung davon ist manchmal sehr kompliziert erklärt. Und ich glaube, man kann es sich relativ gut so erklären, wie ich es jetzt hier mal versuchen möchte. Zunächst mal das H, der Hue, der Farbton. Hue ist ein Farbton im Farbkreis, den ihr da rechts seht, vom Rot aus betrachtet. Also Rot ist 0 Grad. Und dann gehe ich im Farbkreis einmal so rum. Das ist im Prinzip einmal den Regenbogen entlanglaufen. Von Rot über Gelb, Grün, Blau. Dann kommt so ein Cyan-Ton, so ein Lila-Ton. Und dann ist der Regenbogen eigentlich zu Ende. Aber unser Wahrnehmungssystem ist in der Lage, das wieder zu verbinden nach vorne. Nämlich über diese Telekom-Farbe, über Magenta, kann man das Lila wieder zu Rot zurück verbinden. Diese Farbe ist ja auch darstellbar, nämlich als Kombination aus Blau und Rot. Das haben wir ja eben gesagt. Aber eine Wellenlänge, die diesen Farbton direkt erzeugt, gibt es gar nicht. Gut, das ist aber auf jeden Fall der Farbkreis. Und als Winkel von Rot gebe ich den Farbton an. Das war in eben 46 Grad. Gut, das nächste ist eine Angabe der Sättigung. Ich nehme erstmal eine Fläche mit diesem Farbton, die lege ich mir mal als Hintergrund hin. Das ist mal so unser Gedankenexperiment. Als nächstes habe ich eine ganze Reihe von weißmilchigen Folien. Und zwar von 100% beschriftet bis 0% beschriftet. Und die Prozentzahl gibt quasi die Durchsichtigkeit an. Die 100%-Folie ist einfach eine klare Folie. Die lege ich drauf, da ändert sich überhaupt nichts. Die 0%-Folie ist komplett deckend weiß. Wenn ich die drauflege, sehe ich nur noch weiß. Und alles dazwischen ist so eine milchige Folie, die das Ganze weniger gesättigt macht. Also mehr ins Weißliche hineinzieht. Da könnte ich bei Rot zum Beispiel, wenn ich da so ein 50% angebe, dann würde ich so ein Rosa bekommen. Okay. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Nämlich mit Brightness. Und da ist es so ähnlich. Die 100%-Folie ist komplett transparent. Das heißt, wir würden die volle Helligkeit behalten. Brightness ist 0. Volle Helligkeit. Äh, Entschuldigung. Brightness ist 100%, also volle Helligkeit. Und anders auf der anderen Seite. Brightness-Wert von 0. Völlige Dunkelheit. Das ist natürlich komplettes Schwarz. Und da habe ich nochmal so einen Foliensatz. Und den lege ich auch nochmal darüber. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass durch diese Kombination dieser drei Folien, also der Basisfolie mit dem Farbton, dann einer weißmilchigen Folie und einer teildurchsichtig schwarzen Folie, einer Graufolie, ich es hinbekomme, alle Farben zu mischen. Das ist einfach eine Umrechnung dieses üblichen RGB-Farbmodells in etwas anderes, was man sich, finde ich, auf diese Art und Weise gut erklären kann. Bei HSL funktioniert es ein kleines bisschen anders und meiner Meinung nach ein kleines bisschen komplizierter. Dafür hat HSL aber einen gewissen Vorteil an anderer Stelle. Erstmal Hue. Hue ist bei HSL genau das gleiche wie bei HSB und HSV. Es ist der Farbton. Also auch wieder von 0 Grad gemessen ist Hue genau das gleiche. Da brauchen wir gar nichts uns zu überlegen. So, dann haben wir einen Lightness-Regler, der von 0, ganz schwarz, bis 100% ganz weiß geht. Und wir geben mit diesem Lightness quasi nur eine Helligkeit an. Das heißt, wir nehmen mal jetzt, wir färgen das mal auf zwei Dinge an. Einmal auf die Farbe in ganzer Dunkelheit bis ganze Helligkeit und einmal auf einen Grauton von schwarz bis weiß. Diese stellen wir uns mal beide vor. Die könnte ich natürlich mit dem gleichen Helligkeitsregler einstellen. So, und jetzt ist die Sättigung das Mischverhältnis aus diesen beiden. Also das, wo ich von schwarz bis weiß gegangen bin, da sind natürlich Grautöne dazwischen. Und da, wo ich vom Farbton ausgegangen bin, bin ich von dem Farbton in ganz dunkel bis zum Farbton in ganz hell gegangen. Und die Mischung, die ich dazwischen mache, wie stark ich Grau und Farbton mische, das ist dann die Sättigung. Ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Es hat aber einen ganz großen Vorteil, nämlich, dass ich ein L habe, was ich von ganz dunkel bis ganz hell durchziehen kann. Wo kann man sowas finden? Eigentlich in jeder Bildbearbeitung. Dies ist hier ein Bild einer älteren Version von Microsoft Paint. Sieht in der neuen aber ähnlich aus. Und was sehe ich hier? Ich sehe hier ein HSL-Farbmodell. Denn da steht einmal, rechts steht da Red, Green, Blue. Schön, das ist RGB. Aber ich sehe auch Hue, Saturation, Luminance. Denn das ist ja HSL. L steht da für Luminance. Und ich sehe Hue bei 160, Saturation bei 240 und Luminance bei 60. So, gucken wir, wo können wir das Hue ablesen? Wo ist die 160? Ganz oben sehe ich den Regenbogen, der dann wieder über Magenta zu Rot wieder zurückbezogen wird. Deswegen ist Rot natürlich auf beiden Seiten. Und ich bin da an der Position 160. Man hat den Regenbogen quasi auseinandergezogen hier an dieser Stelle, beziehungsweise den Kreis. Bei Rot zerschnitten und einmal auseinandergezogen. Da sind wir bei 160. Wo sehe ich diese Luminance von 60? Die sehe ich rechts an diesem Regler. Da sehe ich ja unten schwarz und oben weiß. Und in diesem Falle ist HSL in Bytes angegeben. Das heißt, Saturation geht von 0 bis 255 und Luminance geht auch von 0 bis 255. Das ist einigermaßen unüblich. Normalerweise gibt man das in Prozent an, als Prozentzahl. Aber wenn ihr jetzt seht, 60, naja, das liegt dann entsprechend an dieser Stelle. Und 255 wäre ganz oben und 0 wäre entsprechend ganz unten. Saturation ist bei 240. Das ist fast vollständig. Und wir sehen oben so ein Fadenkreuz in der Auswahl. Da sehen wir quasi die Auswahl der Saturation. Wenn wir dieses ganz nach oben begeben, haben wir 255. Und wenn wir den Wert nach unten verschieben, dann seht ihr auch anhand dieses Farbfeldes, dann wird es immer grauer. Wir mischen also immer mehr das Ganze ins Graue hinein. Da haben wir also ein HSL-Farbmodell. HSL wird auch verwendet vom World Wide Web Konsortium. Ihr könnt nämlich, wenn ihr mal Farbdefinitionen in CSS, in Castralien Style Sheets definiert, dann braucht ihr das nicht in RGB zu machen, sondern ihr könnt das in HSL machen. Und das seht ihr jetzt hier rechts. Habe ich mal aus der Definition von CSS rausgenommen. Und da seht ihr ein paar Beispiele. Und ihr seht die Angabe in HSL. Und da seht ihr immer als erstes den Farbton als Gradzahl. Das Grad schreibt man aber nicht hin, ist nur eine Zahl. Und dann zwei Prozentangaben hinterhinter. Und das ist sehr schön, weil man vor allen Dingen mit dem L so gut spielen kann. Und das Ganze heller oder dunkler machen kann. Oder mit dem S spielen kann und das Ganze grauer oder weniger grau machen kann. In anderen Bildbearbeitungsprogrammen haben wir andere Farbmodelle. Links ist Paint.net abgebildet. Das ist ja so ein quasi inoffizieller Nachfolger von Paint, was erheblich mehr kann. Also da kann man ja selbst in Ebenen mitarbeiten. Was sehen wir da? Wir haben links wieder mal einen Farbkreis. Und sehen auf der rechten Seite einmal die Farbe in RGB angegeben und in HSV. Da heißt es dann Hue, Saturation und Value übrigens. Oder Brightness. Aber Value und Brightness ist das Gleiche. So, was sehen wir? Wir haben wieder mal bei H den Kreis auseinandergezogen. Und haben hier einen Wert von 230, der hier ausgewählt wurde. Dann sehen wir S und V. Und wir sehen bei S und V richtig schön, wenn wir uns mal die unteren Seiten jeweils angucken, dass es da komplett weiß ist oder komplett schwarz ist. Und rechts jeweils die Volltonfarbe zu sehen ist. Das ist eigentlich eine schöne Darstellung dieser Mischung, nicht diese drei Folien, von der ich eben mal gesprochen habe. Und hier sind es auch tatsächlich Prozentzahlen. Ihr seht das bei dem V. Das ist ja am Anschlag und da steht 100. Beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile, beide Systeme. Beide kommen mal vor, mal nicht vor. Aber der HSL-Vorteil ist, wie ich schon mal gesagt habe, ich habe ein L, was von 0 bis 100 Prozent oder von mir aus auch von 0 bis 255 geht, womit ich die Helligkeit komplett einmal so durchgehen kann. Das habe ich beim HSV-Modell nicht. Da muss ich ja mischen. Da muss ich an beide Regler drangehen. Aber dafür hat das HSL andere Probleme. Nämlich diese Farbe rechts, also die Farbe, die man genau in der Mitte oben sieht, dieses Gelb, das ist nach HSL eine voll gesättigte Farbe. Denn, naja, das ist zwar eine sehr helle Farbe, aber das liegt beim HSL halt nur in der Helligkeit, nur im Lightness. Und der Saturation-Anteil in HSL ist hier tatsächlich auf 100. Und das ist natürlich nicht sehr intuitiv. Wenn man auf diese Intuitivität Wert legt, dann ist das HSB-Modell wiederum das Bessere. Farbmischungen kann man sich übrigens mit vielen Tools auch generieren lassen. Dies ist nur ein Beispiel. Man findet sehr viele andere. Dieses color.adobe.com ist kostenfrei. Das kann man einfach so nutzen. Und dann kann man verschiedene Arten der Farbmischung einstellen und kriegt die dann entsprechend angeboten. Also hier zum Beispiel ist eine Reihe von ähnlichen Farben herausgesucht worden. Und wenn man jetzt eine dieser Farben verschiebt, dann werden die anderen auch entsprechend mitgeschoben. Man kann auch monochromatisch das Ganze sagen. Dann sind es nur verschiedene Helligkeits- und Sättigungsstufen. Oder man sagt Komplementärfarben. Dann ist man sogar ganz auf der anderen Seite. Da ist vieles möglich mit solchen Tools. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, solche Tools zu benutzen. Vor allen Dingen, weil man dann nicht so sehr mit diesen Farbwerten auch selber herumspielen muss. Ich habe noch ein paar Hinweise zur Farbgestaltung. Ein paar weitere Hinweise, die darüber hinausgehen, wie man eine Farbe definiert. Aber das mache ich im nächsten Video. Das mache ich im nächsten Video.